Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal. Neben mir sitzt der Theodor Schmidt aus Berlin. Und neben mir sitzt Sebastian Kubut aus München. Und wir sammeln und handeln mit historischen Handschriften und wir möchten in unseren Videos Ihnen das Thema ein bisschen näher bringen, diverse Stücke vorstellen und auch einige Themengebiete aufzeigen, an die man sonst in diesem Zusammenhang gar nicht denkt. Und hoffen, dass Sie viel Spaß haben und schauen Sie ab und zu mal rein. In unregelmäßigen Abständen gibt es ab und zu mal ein Video.